Und in unserem Studio in Klagenfurt bin ich jetzt mit Landeshauptmann Gerhard Dörfler verbunden. Guten Abend. Guten Abend, was ist Kärnten, Herr Wolf? Herr Landeshauptmann, warum fürchten Sie sich denn so vor Neuwahlen? Ich fürchte mich überhaupt nicht vor Neuwahlen, sondern ich habe die Aufgabe, in einer schwierigen Zeit auch Politik zu machen, die sich so versteht, dass man aufzuklären hat, aufzudecken hat, nicht durch einen Wahlkampf zudecken und flüchten, sondern ich stehe dafür, dass ich großen Wert darauf lege, dass wir diese Sümpfe trockenlegen und aufklären und nicht im Vorwahlgedöse sie quasi untergehen. Das ist meine Vision von sauberer Politik. Aber wo decken Sie irgendetwas auf? Das hat man bis jetzt nicht wahrgenommen. Wissen Sie, Herr Wolf, ich bin nicht der Rechtsstaat. Ich darf schon festhalten, dass in dieser Causa, die ja ihr Fundament im Jahr 2007 hatte, jetzt im Jahr 2012 der Rechtsstaat aktiv geworden ist, beziehungsweise 2011, ich darf aber schon noch festhalten, dass es ja zwei Verfahrensanläufe gegeben hat, die vom Rechtsstaat eingestellt wurden, nicht von der Kärntner Politik, schon gar nicht vom Kärntner Landeshauptmann. Das sollte man schon auch in dieser Causa beleuchten und festhalten, denn es hat ja Gutachten gegeben, die scheinbar vor Gericht oder vor dem Staatsanwalt keine Zweifel gehabt haben, dass das angeblich korrekt wäre. Heute wissen wir alle nach den Geständen, St. Birnbaum und Dr. Martins, dass dem nicht so ist. Die Herren haben uns fünf Jahre ein Liegengebäude aufgetischt. Und jetzt sagen Sie ja selber, die Justiz ermittelt, dafür braucht man sie ja nicht. Also nochmal, warum keine Neuwahlen? Noch einmal, weil ich nichts davon halte, sondern weil ich dazu beitragen möchte, das gilt auch für alle Sünfe, die es in Kärnten gibt. Es ist ja auch bekannt, dass auch die SPÖ in ziemlichen Skandal verstrickt ist und das wird auch aufzuklären sein. Man soll alles aufklären. Den Wähler dann einladen, uns ein Vertrauen oder weniger Vertrauen oder gar kein Vertrauen zu geben. Aber vorher möchte ich alle Karten am Tisch haben. Und dann gibt es eine Wahl, wann immer sie auch sein wird, die aufbauen kann auf die wirklichen Ereignisse und nicht auf irgendwelche Gerüchte, Vorverurteilungen und alles, was da herumschwirrt. Gut, jetzt geht es aber in der Kärnten-Landesverfassung gar nicht so sehr darum, was Sie von Neuwahlen halten, sondern es kann eine Mehrheit im Landtag eine Neuwahl beschließen. Nun gibt es seit gestern eine solche Mehrheit im Landtag, weil außer der FPK alle Parteien für Neuwahlen sind. Warum stellen Sie sich nicht einfach der entsprechenden Abstimmung im Landtag? Herr Wolf, da sind Sie falsch informiert. Nicht die Mehrheit im Landtag, sondern letztendlich die FPK hat die Hürde, dass es Neuwahlen gibt oder nicht. Und noch einmal, ich stehe für Aufklärung, für Aufarbeitung. Herr Landeshauptmann, da müssen wir jetzt die Zuseher ein bisschen aufklären, weil die kennen sich mit der Kärnten-Landesverfassung nicht so aus. Eine einfache Mehrheit reicht für Neuwahlen. Diese einfache Mehrheit gibt es. Es gibt aber eine Zweidrittelhürde, die tatsächlich die Freiheitlichen blockieren könnten, nämlich die Anwesenheit bei dieser Abstimmung. Jetzt werden Ihre Abgeordneten aber dafür bezahlt, dass sie im Landtag anwesend sind. Warum würden die nicht hingehen zu so einer Abstimmung? Warum ist heute der SPÖ-Parteichef Peter Kaiser mit seiner Landesrätin Brettener nicht in die Regierungssitzung gekommen, wo es darum gegangen ist, auch die Malversationen der SPÖ anzuzeigen? Deswegen ist er geflüchtet vor seiner Verantwortung. Noch einmal, fragen Sie den Herrn Kaiser, warum er heute nicht in die Regierungssitzung gekommen ist, das ist nicht einseitig. Darf ich fragen Sie, warum Sie die Abstimmung über Neuwahlen boykottieren wollen? Herr Wolf, wir könnten vielleicht ein anderes Thema auch beleuchten, nicht ständig Ihre Neuwahl fragen. Ich bin einer, der für das Land arbeitet und ich werde mich nicht, Ich werde mich nicht von der journalistischen Öffentlichkeit dazu drängen lassen, quasi mir Wahlen aus Wien über die ZIB 2 verordnen zu lassen. Das möchte ich auch gar nicht. Ich frage Sie ja nur, warum Sie Neuwahlen unbedingt boykottieren wollen, obwohl es im Landtag eine Mehrheit für Neuwahlen gibt. Noch einmal, zuerst muss man einmal wissen, ob es überhaupt eine Mehrheit gibt. Das ist das eine. Das zweite, ich will... Aber diese Abstimmung verhindern Sie ja. Ich will... Nein, Herr Wolf, noch einmal, legen Sie mir nichts in den Mund. Ich habe Ihnen schon gesagt, mir geht es darum, dass rund um diesen Skandalen, sollte es noch andere geben, im Dunskreis dieses Skandales alles aufzuklären ist. Dann hat der Bürger letztendlich die Entscheidung, nachdem aufgeklärt wurde und nicht im Rahmen einer Causa, wo mit viel Nebel gearbeitet wird, wo viele Verdächtigungen da sind, Vorverurteilungen da sind. Und so kann ich und will ich nicht in eine Wahl gehen, sondern mir geht es darum, alle Karten auf den Tisch. Der Rechtsstaat wird seine Urteile zu sprechen haben oder auch keine Urteile zu sprechen haben. Und dann soll gewählt werden. Gut, aber damit wir es festhalten, die Freiheitlichen werden eine Abstimmung über Neuwahlen im Landtag balkotieren, indem sie nicht vollzählig erscheinen. Herr Wolf, Sie sollten einmal die Landtagssitzung morgen abwarten. Ich bin nicht bereit, Demokratie zu verbiegen. Es gibt ganz klare Spielregeln. Das wurde auch gestern angekündigt, dass man über Wien quasi in Kärnten das Landesparlament auflösen könnte. Heute hat es ja freilicherweise dazu konkrete Aussagen gegeben, dass das a. in Kärnten nicht gut ankommen würde und b. Sie sollten auch den Menschen in Kärnten die Möglichkeit geben, sich ein klares Bild zu machen. Da braucht man keinen Sturm. Der Herr Kaiser, der sonst beim Wähler nicht ankommt, versucht jetzt gemeinsam mit den Grünen eine Rebellion anzuzündeln, wo er selbst in Malversationen verstrickt ist. Er fürchtet sich wohl davor, dass auch gegen ihn entsprechende Erhebungen eingeleitet werden. Herr Wolf, bitte lassen Sie mich auswählen. Ich verstehe es so gut, dass Sie gerne über die SPÖ sprechen möchten. Ich möchte mit Ihnen aber über Ihre Partei sprechen. Und jetzt sagen Sie, die Wähler sollen ein klares Bild bekommen. Jetzt stellt Ihre Partei vier Mitglieder der Landesregierung. Alle vier haben mit der Justiz zu tun. Gegen alle vier wird ermittelt, wegen eines Zeitungsinserats auf Steuerkosten, auch gegen Sie. Gegen Sie, Herrn Scheuch und Herr Dobenig, wegen einer Wahlkampfbroschüre. Gegen Herrn Dobenig jetzt auch noch seit heute wegen Untreue in der Causa Birnbacher. Und Herr Scheuch ist bereits zweimal in der berühmten Part-of-the-Game-Affäre in erster Instanz verurteilt. Was muss in Kärnten eigentlich passieren, dass ein freiheitlicher Regierungspolitiker zurücktritt? Herr Wolf, da könnte ich die Gegenfrage stellen, was muss in Wien passieren, dass der Herr Bundeskanzler Feinmann zurücktritt? Der hat Millioneninseratenprobleme am Hals. Aber das können Sie mich nicht fragen, Herr Dörfer. Noch einmal, ich stelle diese Frage auch nicht und ich halte fest, dass ich in Kärnten dafür Sorge tragen werde, dass es eine Aufklärung aller Gerüchte oder durchaus der ganzen Chaos ergibt. Und dann muss man auch den Wähler fragen, wie er das sieht. Ich bin aber nicht bereit, den Erfolglosen, die versuchen jetzt einen Sturmlauf sozusagen auf den Landtag durchzuführen, die Bühne zu überlassen. Ich will ein sauberes Kärnten. Ich werde dafür Sorge tragen und das werden hoffentlich die Gerichte auch schnell tun, dass alles aufgeklärt ist. Und gibt es entsprechende Verurteilungen, rechtskräftige, dann gibt es A, Handlungsbedarf und B, werden wir dann zeitgerecht auch den Wähler dazu einladen, uns ein Vertrauen oder kein Vertrauen zu geben. Gut, es gibt jetzt auch so etwas wie politische Verantwortung. Der deutsche Bundespräsident Wolf ist zurückgetreten in dem Moment, wo die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat. Er hat nicht mehr gewartet, ob es eine Anklage gibt. In der Kärnten Landesregierung sitzt ein Landeshauptmann-Stellvertreter und freiheitlicher Parteichef, der zweimal in erster Instanz verurteilt ist. Herr Wolf, er ist einmal in erster Instanz verurteilt worden. Ein Urteil wurde aufgehoben und wie der Rechtsstaat auch Urteile fällt, sieht man ja in der Causa Scheuch. Einmal ein Urteil mit einer Gefängnisstrafe und einmal ein wesentlich anderes Urteil. Aber verurteilt. Geben Sie jedem Staatsbürger die Chance, Herr Wolf, jeden Staatsbürger die Chance, dass er solange ein nicht rechtskräftig verurteilt ist, kein Politikverbot hat, wenn es ein rechtskräftiges Urteil gibt, dann sind auch entsprechende Handlungen zu setzen. Das heißt, politische Verantwortung, die beginnt bei Ihnen dort, wo das Gesetz ohnehin verbietet, dass jemand politisch aktiv ist? Nein, politische Verantwortung beginnt für mich dort, wo der Rechtsstaat ein klares Urteil gesprochen hat und das ist für mich ein rechtskräftiges Urteil. Und ich warne davor, mit Verunglimpfungen, mit Gerüchten, mit Vorerhebungen, mit Einvernahmen, Politiker quasi abzusetzen. Das kann es ja wohl nicht sein. Aber das haben Sie in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht. Es gibt viele Aussendungen von Ihnen, wo Sie SPÖ-Politiker zum Rücktritt aufgefordert haben. Sie haben sogar gesagt, die ganze SPÖ, das heißt jetzt Skandalpartei. Sie sind da sehr freigiebig mit solchen Aussagen gewesen, in der Vergangenheit, als andere betroffen hat. Herr Wolf, ist jemand zurückgetreten? Ja, aber Sie müssen sich ja auch an Ihren eigenen Ansprüchen messen lassen, oder? Noch einmal, das ist leider auch so ein politisches Spiel sozusagen, dass einmal der eine, einmal der andere ist damals die SPÖ im Bausch und Bogen zurückgetreten, als es in Wien einen Konsum oder Babag oder sonstigen Skandal gegeben hat. Ich möchte schon einmal festhalten, dass für mich die Unschutzvermutung so lange geht, solange jemand nicht rechtskräftig verurteilt ist. Und ich werde aber auch dafür sorgt, Herr Wolf, da können Sie sicher sein, dass wenn es rechtskräftige Urteile auch bei mir in meinem Parteiumfeld gibt, das dann auch entsprechend zu handeln ist. Aber ich lasse es nicht zu, dass Menschen vorverurteilt werden, quasi per Medien oder per Vorwahlgeplänkel versucht wird, jemanden, der nicht rechtskräftig verurteilt ist, von der politischen Bühne zu holen. Da muss der Rechtsstaat rasch entscheiden, und dann habe ich auch nicht zu entscheiden. Herr Lass, aber nur, dass wir klar sind, verstehe ich Sie jetzt richtig, dass wenn Herr Scheuch rechtskräftig verurteilt ist, oder wenn Herr Dobernick rechtskräftig verurteilt werden sollte, dann scheiden Sie aus der Landesregierung aus. Ist das korrekt so? Davon ist auszugehen. Weiß das Herr Scheuch auch schon? Wissen Sie, ich habe mit Herrn Scheuch viele gute Gespräche, und wir sind Charaktermenschen. Wir haben aber auch den Charakter, dass man uns nicht vorverurteilen kann, sondern wir haben den Charakter, dass wenn es so sein sollte, was schlimm genug wäre, dass ein Kaffeeklatschgespräch, dass man so nicht führen darf, das halte ich fest, aber ich halte auch fest, dass es im Gegensatz zu den 6 Millionen Martins Birnbacher, bei Obi Scheuch, jedenfalls keinen russischen Investor gibt, kein Projekt gibt, keine Staatsbürgerschaft, keinen Euro, aber ein Gespräch, das man als Politiker nicht führen darf, das halte ich grundsätzlich fest. Gibt es ein rechtskräftiges Urteil, haben wir auch die entsprechenden Sanktionen zu setzen. Schließen Sie eigentlich aus, das stimmt, was Herr Birnbacher gestern im Gericht gestanden hat, nämlich, dass Jörg Haider mit Herrn Martins und Birnbacher ausgemacht hat, die Millionen aufzuteilen, und dass Ihre Parteifreunde Scheuch und Dobernig dann bei Herrn Birnbacher waren und einen Teilbetrag eingefordert haben? Also die Glaubwürdigkeit des Herrn Birnbacher muss ich jedenfalls zu 100 Prozent anzweifeln. Er hat fünf Jahre gelogen, er hat zu Beginn dieser ganzen Causa gemeint, er sei sowieso unschuldig und die 6 Millionen stehen ihm jedenfalls zu. Und jetzt gibt er zu, dass dem nicht so ist. Das heißt, die Glaubwürdigkeit eines Angeklagten, der mir noch letztes Jahr im September einen Brief zurückgeschrieben hat, ich habe ja dort schon die Rückforderungen an ihn gestellt, der war schnoddrig und der war so quasi, was will der Herr Landeshaupt, wenn überhaupt die 6 Millionen Euro stehen mir zu. Das heißt, die Aussagen des Herrn Birnbacher, die waren bisher quasi die pure Wahrheit, so hat es ausgesehen, und auf einmal bricht das alles zusammen. Da kann man sich ja wohl einen Reim machen und einen Beat machen, was die Glaubwürdigkeit des Dr. Birnbacher, aber leider auch des Dr. Martins anlangt. Schließen Sie aus, dass das, was Birnbacher gestern gestanden hat, dass das so stattgefunden hat? Also ich habe eine offizielle Stellungnahme, der ist momentan nichts hinzuzufügen. Und ich halte fest, dass es, wenn es Erhebungen gibt, wird man zu klären haben, ob es da Gespräche gegeben hat, dieser Art. Mir wurde glaubhaft versichert, dass dem nicht der Fall war. Und ich halte einmal fest, dass Dr. Birnbacher im Rahmen dieser Causa so viel Unwahrheit produziert hat, dass ich meine größten Zweifel daran habe. Das, was er sagt, soll ein Wahrheitsgehalt beinhalten, das mag ich einmal jedenfalls hinterfragen. Gut, das hatten wir schon. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, Herr Landeshauptmann. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, der Sie betrifft. Sie waren jahrelang Parteikassier Ihrer Partei. Geben Sie Ihr Ehrenwort, dass in dieser Zeit nicht ein Euro an die Partei geflossen ist, der nicht hundertprozentig korrekt war? Da gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, dass aus dieser Causa kein Cent an die Partei geflossen ist. Und aus dieser Causa generell? Noch einmal, ich kann Ihnen versichern, dass generell aus dieser Causa jedenfalls kein Euro an die Partei geflossen ist. Aber das hat jetzt auch niemand behauptet. Die Frage war, ist in Ihrer Zeit als Parteikassier möglicherweise Geld an Ihre Partei geflossen, das nicht hundertprozentig korrekt war? Oder geben Sie Ihr Ehrenwort, dass das nicht so war? Also da gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, Herr Wolf. Wenn das so wäre, dann würde ein Gerhard Dörfler heute nicht vor der Kamera sitzen. Auch nicht über Ihre Parteiagentur Connect? Also das ist ja schon ausreichend beleuchtet, meine ich wohl. Und da hat man ja auch zuletzt jedenfalls vernehmen können, dass es so nicht der Fall ist. Ich habe, Herr Wolf, und das möchte ich schon auch festhalten. Diese Connect-Agentur überhaupt nicht gekannt bis zu diesem Zeitpunkt, dass dieses Thema öffentlich wurde. Und da können Sie auch davon ausgehen, wenn ich ein Unternehmen nicht kenne, dass ich auch Geldflüsse von diesen Unternehmen nicht entgegennehmen kann als Parteikassier. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne, Herr Wolf, schönen Abend noch.